hallo und herzlich willkommen zurück zum display zu this war of mine the little ones und wir machen natürlich weiter an dieser stelle wir schauen jetzt erstmal nach henrik der muss nämlich erstmal was essen dann braucht er auf jeden fall medikamente erst schwer krank wieder bioeintrag ich bin so krank ich glaube mit mir geht es zu ende das haben wir schon mal gedacht dann haben wir haben es geschafft ja krankenwagen wäre jetzt nicht schlecht tatsächlich okay er ist jetzt erstmal auf medikamenten das heißt er geht jetzt schlafen du hier stehst jetzt mal auf du gehst auch schlafen was sagt arika ja wir können uns anstecken das ist natürlich richtig was sagst du fühle mich so machtlos hengen henrik ist sehr krank und ich kann nur hier sitzen und zusehen können wir noch rechtzeitig medikamente finden ja ich hoffe es wir haben jetzt nämlich gar keine mehr wie geht es denn dir du bist immer noch leicht krank komm geh mal spielen kleiner man lasst dein opa bitte in ruhe oder rede mit ihm ihr es recht kühl ja wir haben auch nichts mehr wir haben nichts mehr das ist echt wer ist jemand an der tür ein händler wir haben doch nichts zum handeln großartig gehst du bitte eine tür hallo später würdest du eventuell danke das ist ja nett dass dich doch noch dazu entschlossen hast handeln wir jetzt oder was bohr wenn ich dich nicht brauchen würde ne gib mal das ding ist nicht billig wir haben aber das das reicht nicht wir brauchen das zeug unbedingt noch ein buch wir kriegen zumindest einmal medikamente essen geht ja noch wir müssen das tun tschüss jaja viel glück dir auch so essen haben wir noch drei mal dosen fünf mal hier das okay denke das ist okay warte mal wir werden jetzt henrik verbinden vielleicht wird er deswegen auch immer wieder krank wir haben dann noch einmal wenn was schlimmeres kommt haben wir noch einmal bandagen ja zigaretten henrik ist gerade nicht und dann kriegt er noch eine dose dass er wirklich keinen hunger mehr hat und so wir müssen versuchen den irgendwie wieder aufzupatteln weil ganz ehrlich wenn der jetzt drauf geht ich weiß nicht wie gut oder schlechtes dann unserem klein geht ist ja immerhin sein opa darf man nicht vergessen deswegen schwierig so wir wollten herstellen warte ich brauche eine brechstange ich brauche erstmal eine brechstange können wir herstellen machen wir wir hatten ja gesagt wir gehen ins in den supermarkt und da stand ja eine brechstange könnte hilfreich sein ich glaube die kann man auch als waffe benutzen deswegen brauchen wir gar kein messer dann nehmen wir nur die brechstange mit und hoffen dass es irgendwie funktioniert so dann machst du noch einmal ne zweimal feuerholz ne nicht aus büchern aus dem hier das ist hier drin richtig warm kriegen ne der kleine ist ja auch krank zwar nur leicht aber er ist auch krank es läuft nicht so gut muss man ja ehrlich mal sagen bist du schon wieder fit ok du hast hunger komm dann kannst du dich wieder hinlegen du bist ja auch leicht verletzt was spielt denn der auch da oben ja der bräuchte eigentlich auch medikamente aber wenn jemand leicht krank ist kann ich es gerade leider nicht geben so blöd wie es ist hätte nichts gegen eine weitere portion das glaube ich dir wir haben jetzt wirklich unser kaffee ja die kriminalität steigt in poko an ja das wissen wir ähm ja das haben wir auch schon das war es ok eigentlich nichts neues nichts neues was uns jetzt irgendwie helfen würde er spielt und wir warten wieder auf die nacht und es wird sehr gefährlich mit arika aber da müssen wir hin wir müssen schauen dass wir dinge finden wir brauchen so viel zeug wir müssen halt extrem vorsichtig sein es könnte natürlich auch nach hinten losgehen wir verlieren arika aber naja müssen wir abwarten ne freunde ich hoffe es natürlich nicht ich werde vorsichtig sein ja du könntest mal das ding da aufreißen ganz ehrlich das stört mich schon die ganze zeit ich habe es immer wieder vergessen jetzt machen wir das mal und er beschäftigt sich halt mit sich alleine ne das ist natürlich auch nicht gut aber so ok jetzt ist hier offen jetzt kann hendrik auch hier rein laufen im notfall ich bin gespannt ich hoffe er kommt durch ne wir wissen das sowas ist nicht gut leute so er spielt noch ein bisschen das ist ok und wir du musst jetzt wache stehen du musst schlafen du musst schlafen du musst blindern wir gehen zum supermarkt leute wir probieren es jetzt wir nehmen die brechstange mit und gehen blindern und hoffen dass es irgendwie gut geht leute müssen natürlich das oh das ähm sieht schon mal nicht gut aus wenn die uns jetzt sehen wenn die uns jetzt sehen oh ok ich dachte schon das war's ich habe kurz mal die luft angehalten jetzt ne ich werde ihn jetzt auch nicht töten ähm er hat gesagt es oh jetzt wird er das looten ok dann lass ich ihn erstmal looten dann gehen wir mal nach oben und gucken da wir haben nur ne brechstange das dürfen wir nicht vergessen wir haben nicht viel ähm halt da ist noch was nein du sollst nicht kämpfen du sollst da hoch und das da machen wir brauchen Medikamente wir brauchen Medikamente und essen natürlich ja Zigaretten wir nehmen das jetzt alles mal mit aber wir werden Sachen wieder zurücklassen das ähm weiß ich jetzt schon wir müssen jetzt gucken dass wir gute Dinge finden ich dachte echt das war's jetzt mit ihr ich glaube da ist das wichtiger da scheint ja ganz freundlich zu sein ich hoffe die anderen auch ne aber die gehören ja zu einer Gruppe deswegen hoffe ich einfach dass die alle bisschen freundlich sind hier denn ich möchte nicht kämpfen ich möchte niemand töten ich möchte einfach nur hier Dinge finden ja nimm's halt mit dabei ganz ehrlich das ist nicht das wichtigste ich möchte mal hier nach unten gehen bist du freundlich ja ja behalte mich ruhig im Auge das macht mir gar nichts das macht mir überhaupt nichts zu sehen wenn wir wollten hätten wir die jetzt natürlich weg machen können ne so jetzt mal wirklich ähm das Zeug brauche ich nicht dann nehme ich lieber das mit warum habe ich das jetzt raus so wir müssen natürlich hoffen dass wir jetzt irgendwas Gutes finden Zucker war natürlich auch noch gut aber achso das ist voll ne komm dann nehmen wir lieber mal Zucker mit ähm gehen wir mal da hinterher vielleicht haben wir da ja noch irgendwas Schönes hier hinten da die sucht da gerade ey wenn du mir ein bisschen auf den Sack gehst noch du wärst nicht die erste die wir ne muss man ja mal so sagen so das können wir aufbrechen das ist ja gut vielleicht ist da was wichtiges drin wir haben ja eine Brechstange dabei jetzt können wir natürlich nur hoffen dass da wirklich was drin ist was gut ist für uns brech mal auf ja Rika so auf ist es jetzt Daumen drücken oh yes zumindest das hier das hier ja ja Wasser brauchen ne Leute Wasser können wir im Notfall selbst erstellen aber reiner Alkohol und Schnaps zum Handeln ist eigentlich sehr sehr wichtig ähm wir können eh nichts bauen wir finden zu wenig Zeug nehmen wir lieber die Munition noch mit okay wir haben ein bisschen was gefunden wir gucken natürlich weiter noch ein bisschen Zeit haben wir ich glaube bis in vier oder fünf war das das ist echt blöd das Holz nur in zwei Astecks gehen aber so ist es halt ne wir haben Bandage wir haben jetzt keine Medikamente das ist ein bisschen hm das würde ich sehr sehr gerne mitnehmen aber ja zu wenig Platz nichts nichts für uns okay dann gehen wir jetzt hoch komm ran mal ein bisschen ich hoffe ja dass die uns einfach in Ruhe lassen wir müssen uns ein bisschen beeilen da sieht nichts mehr aus wie wenn es verschlossen wäre gehen wir mal nach oben ist hier noch irgendwo was verschlossen oder so ne 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 komm guck mal hier rein ja gut wir haben Bandage und das ist schon mal nicht so schlecht wir haben ein bisschen Alkohol was auch gut ist hier liegt echt viel Zeug geh mal noch aufs Dach oder guck erstmal kurz hier rein und noch mal was zu essen gut dass wir da noch reingeguckt haben guck mal noch hier raus kurz 2.30 Uhr wir müssen natürlich echt vorsichtig sein was steht hier auf einem verblassten Flugblatt mit Totenkopf und gekreuzten Knochen steht Gefahr halten sie sich fern von nicht explodierenden Munition zurückgelassene Waffen, Ausrüstung und nicht explodierende Munition könnte mit Sprengstoff versehen sein fassen sie nichts an riskieren sie keine schweren oder tödlichen Verletzungen melden sie solche Funde dem nächsten Militärposten weil wir euch auch so vertrauen also ich nicht weiß nicht wie es euch geht aber ich vertraue denen kein bisschen Leute irgendwie sind die mir suspekt es gab ja auch schon Berichte dass die hier nicht gut sind zu den Leuten deswegen rennen wir jetzt einfach nach Hause wir haben ein bisschen was und ich hör schon wieder schießen das ist nicht gut das ist wirklich nicht cool so wir sind aber gut zurückgekommen zum Glück waren die freundlich da hatte ich wohl etwas Glück hätte auch anders ausgehen können aber da war jetzt nichts mehr drin was sich lohnt dann nochmal hinzugehen großartig oder? wir wurden ausgeblendert ok aber sie haben nichts gestohlen mit ihm geht es wieder viel besser wir können ihm aber nichts geben oh man wir bräuchten was in der Hinterhand dass wir ihn ganz gesund machen könnten das ist echt echt ein bisschen blöd aber gut müssen wir durch ne? gut nichtsdestotrotz ist die Folge jetzt am Ende ich hoffe es hat euch gefallen ich bedanke mich natürlich fürs einschalten hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag bis zum nächsten Mal haut rein ciao ciao